Profil Podcast. Der politische Unterschied zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl ist ein äußerst geringer. Inhaltlich passt er zwischen die zwei nicht wahnsinnig viel. Herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat sitze ich gegenüber von Herrn Dr. Peter Hayek, Meinungsforscher, der für uns einmal im Monat die große Profilumfrage macht. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Wir reden heute über die große Sonntagsfrage und Kanzlerfrage im Juni. Bevor wir aber starten, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Beierl, Kapsch-Vorstand Jochen Borenich und interessante Gäste aktueller Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei ebenso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberger Unternehmer Günter Grabherr berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- und Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Profil-Podcast. Herr Haik, es ist eine interessante Situation, wie eigentlich schon die letzten Monate. Die Regierung, vor allem die Kanzlerpartei ÖVP, kommt eigentlich nicht aus den negativen Schlagzeilen. Sie ist in einer andauernden Verteidigungshaltung, kann man schon fast sagen. Es gibt jede Woche neue Enthüllungen, neue Chat-Protokolle, die auftauchen. Trotzdem tut sich bei den aktuellen Umfragewerten relativ wenig. Warum wirkt sich das so wenig eigentlich aus? Naja, der Standpunkt bestimmt wie immer die Perspektive. Es hat sich ja ausgewirkt. Also wenn ich mir jetzt da kurz die Zahlen ansehe, dann haben wir noch im November 2020, Dezember 2020, die ÖVP bei 40 Prozent gehabt. Derzeit liegt sie bei der aktuellen Sonntagsfrage bei 33 Prozent. Also man kann nicht sagen, dass es sich nicht ausgewirkt hat. Aber ich muss leider Gottes da immer die Journalistinnen und Journalisten enttäuschen. Es ist jetzt nicht so, weil das nächste Chat-Protokoll aufgetaucht ist, dass es dann einen massiven Absturz gibt, der ÖVP oder einen massiven Anstieg einer anderen Partei. So ticken die Wähler und Wählerinnen oder wir Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend nicht, weil es nicht nur auf ein Thema und eine Sachfrage ankommt, sondern wir bilden uns unsere Meinung aus einem Sammelsurium unterschiedlicher Einstellungen, Werte und Motive. Und dementsprechend gibt es dann ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Und es ist mittlerweile eine sehr, sehr stabile Mehrheit. Also wir glauben, diese Plus-Minus-33, das ist schon eine sehr stabile Basis. Und diese Wähler und Wählerinnen mögen vielleicht die Chat-Protokolle nicht, sagen aber, Sebastian Kurz hat eine kritische Haltung zur Migrations- und Integrationspolitik, hat auch eine konservative Haltung beim Thema Steuern und hat grundsätzlich vielleicht gute Manieren und ein gutes Auftreten. Und dann erreicht das schon, dass ich sage, und trotz alledem geben wir ihm und der ÖVP die Stimme. Ja, vielleicht auch ganz runtergebrochen gesagt, es fehlt vielleicht auch die Alternative. Ja, natürlich fehlt bis zu einem gewissen Grad die Alternative, aber wir dürfen jetzt nicht glauben, dass wenn es einen persönlichen Wechsel zum Beispiel jetzt bei der Sozialdemokratie gäbe, was ja durchwegs manchmal angedacht wird, dass ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin die Sozialdemokratie in lichte Höhen treiben würde. Wir haben das sogar ein paar Mal mit unterschiedlichsten Personen einfach per Spaß abgetestet und auch manchmal im Auftrag von Medien. Da tut sich eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also im Grunde genommen ist es so, dass sich am Wählermarkt die Stimmung derzeit verfestigt hat und dass wir mit den üblichen Auf und Abs und wenn es so bleibt, wie es derzeit ist, keine großen Bewegungen erwarten. Aber wer weiß schon, was morgen kommt in Zeit. In der fiktiven Kanzlerfrage hat sich jetzt Sebastian Kurz bei 27 Prozent eingefunden. Das ist, glaube ich, der gleiche Wert wie schon im letzten Monat. Vor ein paar Monaten haben Sie hier im Podcast noch gesagt, dass wenn er unter 30 Prozent unter diese Marke fällt, die Alarmglocken bei ihm und seinem Team läuten müssten. Haben Sie jetzt die Vorzeichen verändert? Also muss er jetzt eigentlich zufrieden sein auch mit diesen 27 Prozent? Zufrieden kann er nicht damit sein, weil er kommt ja von ganz anderen Höhen. Also wir haben das immer gesagt, in normalen Zeiten ist er gependelt zwischen 32 und 42. Er war dann auch sogar mal weit über 50 Prozent. Das war eben zu Beginn der Pandemie. Also zufrieden kann er damit nicht sein. Und natürlich ist es ein Alarmsignal, weil die Reputation von Sebastian Kurz Schrammen bekommen hat. So, mein Gott, die nächste Wahl ist, haben wir auch schon oft gesagt, ist 2024 regulärermaßen. Was dann passiert oder passieren könnte, wissen wir heute nicht. Gesetzt im Fall, es läuft alles ganz gut. Na mein Gott, dann wird er sich auch da wieder erholen. Ich bin überhaupt der Meinung, man möchte es ja gar nicht glauben, aber ich bin überhaupt der Meinung, man sollte viel weniger auf Zahlen schauen, wir schauen in der Umfrage insbesondere auf die Kanzler und die Sonntagsfrage, weil es natürlich nur immer Momentaufnahmen sind und weil man dann eben Politics by Polls, also Politik mit Umfragen oder von Umfragen angeleitet betreibt. Und das sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Politik sein, sondern es gibt den alten Spruch, Umfragen sind dann Parfum, riechen sie dann, trinken sie es nicht. Und so sollte man auch damit umgehen. Das heißt, ich habe ein politisches Programm und dieses politische Programm sollte ich umsetzen wollen. Auch wenn es manchmal umfragetechnisch nicht so klug ist. Ich bringe ein Beispiel von vor 20 Jahren. Mein Gott, ich bin schon so lange dabei. Wolfgang Schüssel hat die Pensionsreform damals durchgezogen, weil er schlicht und ergreifend davon überzeugt wird, dass es das Richtige ist für das Land. Und jede, wirklich jede Umfrage hätte ihm oder hat ihm davon abgeraten. Und es war vollkommen egal, ob man die Pensionisten und Pensionistinnen gefragt hat oder die Jungen gefragt hat, die ArbeitnehmerInnen gefragt hat. Alle Bevölkerungsgruppen waren gegen diese Pensionsreform. Und Schüssel hat es durchgezogen mit einem dreitägigen quasi-Generalstreik. Und siehe da, es hat funktioniert und wenn Sie heute Pensionsexpertinnen und Experten fragen, sagen Sie, naja, die Schüsselreform war schon wichtig und richtig damals. Und so macht man Politik. Politik heißt auch zum Teil das Bohren harter Bretter, Max Weber. Aber man braucht einen langen Atem und ich brauche eine tiefe innere Überzeugung von dem, was ich machen möchte. Und das ist möglicherweise ein bisschen ein Vorwurf, den man der ÖVP machen kann, dass sie zu sehr auf die Zahlen blickt. Jetzt weiß ich schon, wir sind die Lieferanten dessen und auch die Medien spielen in diesem Konzert ganz gut mit. Aber ich muss mich ja trotzdem als Politiker davon nicht anleiten lassen. Man schaut immer mit einem Auge darauf und natürlich schaut man darauf, was macht denn die eigene Wählerschaft. Da springe ich jetzt ganz kurz zur Sozialdemokratie. Auch ganz spannend. Sehr gerne. Das Thema Staatsbürgerschaft. Es gibt viele gute Gründe, dass man die Hürden zur österreichischen Staatsbürgerschaft verringert. Siehe die Gebühren, siehe die Länge der Anwartschaft, der Dauer und sonstiges was noch der Zukunft, was man zu leisten hat. Und da kann man dafür eintreten und das auch zu einem Vorschlag formulieren. Die Sozialdemokratie ist ganz offensichtlich davon überzeugt. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt aber trotzdem die Umfrage ins Spiel. Sie muss aber die Menschen mitnehmen. Und wir wissen, dass, was die Staatsbürgerschaft betrifft, die Österreicherinnen und Österreicher ein sehr, sehr konservatives Bild davon haben. Die sagen, wir wollen die Staatsbürgerschaft, da muss sich jemand zum Land bekennen. Da muss er sich auch fragen, was kann ich für dieses Land leisten. Und die Menschen müssen sich um diese Staatsbürgerschaft auch bemühen und aktiv werden, um diese zu erlangen. Das kann man machen. Wenn ich jetzt die Sozialdemokratie bin und ich bin der Meinung, dass das aber geändert gehört, dann gehe ich voran. Das ist okay. Ist als Oppositionspartei nicht leichter, tue ich mir natürlich in einer Regierungsfunktion leichter. Aber ich muss natürlich die Wählerschaft mitnehmen. Zuerst mal meine eigene Wählerschaft und dann auch natürlich die breitere Gruppen, weil sonst ist es wiederum nur ein Minderheitenprogramm, weil es gibt keine Partei, die über 50 Prozent hat. Und jetzt kommt das politisch-taktische Handwerk auch noch ins Spiel. Und dann darf ich es nicht in der Situation hinausspielen. Nämlich in einer Situation, wo die Regierung sowieso schon unter Druck ist. Und hiermit der Regierung die Möglichkeit gebe eines Ablenkungsmanöes. Ich meine, Gerhard Fleischmann und Co., also der Mastermind, der mediale Mastermind der ÖVP, die werden sich gefreut haben. Und sie sagt, na wunderbar, unsere Position ist klar, wir wollen das nicht. Wir können da guten Gewissen dagegenstellen. Und siehe da, es wurde sehr breit medial diskutiert. Also das heißt, ich brauche, um nochmal zurückzukommen auf die Ausgangssituation, ich brauche eine politische innere Überzeugung. Ich muss meine Themen versuchen umzusetzen und voranzutreiben. Mit einem Augenwinkel schaue ich auf die Umfragen. Und dann kommt halt noch das politische Handwerk dazu. Und wenn ich mir das Ganze jetzt zusammenfassend ansehen, muss man sagen, dass dieses Handwerk insbesondere die ÖVP recht gut beherrscht. Zur Sozialdemokratie noch, die kommt ja nicht vom Fleck. Wenig überraschend jetzt nach ihrer Analyse. Kommt auch dieses Monat wieder auf 23 Prozent. Hat sich da so eingependelt zwischen 22 und 24 Prozent die letzten Monate. Regulär wird erst 2024 wieder gewählt. Wird da in den nächsten drei Jahren nicht mehr drin sein? Muss man da einfach jetzt durchtauchen und sich auf dieses magische Datum konzentrieren? Nein, überhaupt nicht. Also da können Sie ja gerne einen Barte-Zettel aufgeben. Also nein, das wäre natürlich die falsche Haltung. Haben wir auch schon oft gesagt hier, die Zeit, die thematische Zeit der Sozialdemokratie kommt gerade erst, weil... Aber die kommt schon so lange, oder? Naja, ja. Ich muss sie natürlich auch nützen. Ich muss den Ball, der von mir nicht am 11er Punkt liegt, aber am 16er liegt und ich nur noch einen Verteidiger und den Tormann von mir habe, das muss ich halt auch nützen. Aber der Punkt ist einfach, dass die Themen natürlich Arbeitssicherung von Arbeitsplätzen, Unterstützung prekärer Bevölkerungsgruppen, die Auswirkungen der Krise werden erst schlagend werden. Und auch wenn es hoffentlich nicht so stark sein wird, wie man am Anfang gedacht hat, so wird es trotzdem Einschläge geben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit für die Sozialdemokratie. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich weiß genau, was wir beim letzten Podcast schon gesagt haben. MAN Steyr. Wir haben eine Umfrage gemacht für die Kollegen von heute, und zwar in Oberösterreich, zur kommenden Landtagswahl im Herbst. Und eine Fragestellung dabei hat gelautet, welcher Partei trauen Sie es am ehesten zu, die Arbeitsplätze bei MAN Steyr zu erhalten? Und an erster Stelle stand die Sozialdemokratie. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, die Sozialdemokratie, die in Oberösterreich mittlerweile eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Ich bin ja bei der letzten Mal, glaube ich, 18 oder 19 Prozent gehabt. Die ÖVP liegt derzeit bei plus minus 40. Die freiheitlichen, die matchen sich derzeit mit der Sozialdemokraten um Platz zwei, liegen beide bei 21. Aber die Sozialdemokratie ist von ihrer ehemaligen Stärke im Industrieland Oberösterreich weit entfernt. Und trotz alledem, trotz alledem trauen die Menschen, die Sozialdemokratie ist natürlich eine Imagegeschichte, noch immer zu, sich am ehesten für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Und diesen Markenkern, den muss ich mir erstens nicht nur erhalten, den muss ich ausspielen. Und auf dieses Pferd muss ich setzen. ÖGB und Katzian macht das sowieso die längste Zeit, auch natürlich die Arbeiterkammer. Und auch die Bundespartei muss deutlich stärker in diese Richtung fokussieren. Jetzt wird die Bundespartei sagen, das machen wir eh die ganze Zeit. Es schlägt nur medial nicht auf. Letztes Thema, glaube ich, war Tierschutz, dass man in die Breite gebracht hat. Ich glaube, dass ein größerer Teil der Menschen sich da draußen denkt, haben die keine Ahnung, dann suchen. Aber dieser Markenkern der Sozialdemokratie ist da, ist erhalten. Das ist ein ganz, ganz großer Wert. Und auf dem kann man eben aufsetzen. Man muss halt nur umsetzen. Untergebrochen, man muss auch, also man darf nicht das sein, was man nicht ist. Vielleicht. Kann man das so sagen? Puh, sehr philosophisch. Man darf nicht sein, was man nicht ist. Man sollte nicht das sein wollen, was man nicht sein kann. Ja, aber die Frage ist natürlich, ich glaube auch gar nicht, das ist nicht das Problem der Sozialdemokratie. Das Problem der Sozialdemokratie ist, dass sie derzeit einfach, das kommt manchen wahrscheinlich wie ein politikwissenschaftlicher Kalauer vor, aber dass sie nicht ausreichend Wählergruppen in der Mitte anspricht. Und das weiß die Sozialdemokratie, das weiß man auch in allen anderen politischen Stakeholdergruppen. Beim Thema Migration, das ein hochemotionales Thema ist, hat die Sozialdemokratie derzeit keine, wie soll ich das formulieren, nicht größere Teile der Menschen hinter sich. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich sage, ja, vielleicht überdenken wir unsere Position. Wir müssen es ja nicht machen wie die Freiheitlichen oder wie die ÖVP, aber vielleicht ist das durchaus ein Feedback der Bevölkerung, wo wir sagen, da sollten wir noch mal drüber nachdenken. Nachschärfen. Oder, naja, nachschärfen beim Thema Migration klingt immer so hart. Einfach andere Vorschläge bringen. Meistens geht es ja darum, dass ich den Menschen signalisiere, wir haben euch verstanden. Man muss nicht immer Mainstream sein, aber da könnte man adaptieren. Oder ich nehme die Kurt-Grenn-Positionierung ein, der immer gesagt hat, was die Kirche betroffen hat. Also für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, der ehemaliger Bischof in St. Pölten, durchaus ein streitbares Wesen, um ich zu sagen, erzkatholisch. Und der hat immer gesagt, ja, die Menschen sind abgefallen vom Glauben. Uns gibt es schon so lange, wir werden das überleben. Kann man auch machen. Ich glaube nur, dass sich die katholische Kirche mit seiner Position leichter tut als die Sozialdemokratie. Wer weiß. Wir haben noch gar nicht über die Grünen gesprochen, über den kleinen Koalitionspartner. Die kommen in der aktuellen Umfrage auf 13 Prozent, haben sich da gut stabilisiert in den letzten Monaten. Sie sind ja schon einmal auf 10 Prozent runtergefallen. Es ist jetzt sogar ein Prozentpunkt, legen Sie zu, im Vergleich zum Vormonat. Zwar nicht signifikant, aber trotzdem. Trotzdem die Frage, warum können die Grünen aus dieser doch guten Position, würde ich mal sagen, nicht befreiter aufspielen, um im Fußballjargon zu bleiben? Das finde ich ja sehr, sehr lustig, weil ich habe gerade vor zwei Tagen von journalistischer Seite die andere Frage bekommen, warum sind die überhaupt so schlecht? Das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, das weiß ich schon. Aber es machen sich alle immer unfassbar viele Sorgen um die Grünen und dass das denen gar nicht gut geht. Ich bin ja ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Grünen einen formidablen Job ablegen in der politischen Arbeit. politisch wertfrei gesprochen. Ich meine nicht, dass sie ideologisch gut positionieren, sondern wir dürfen eins nicht vergessen. Also wir haben die Grünen. Ja, die hatten Erfahrung auf Regierungsebene in den diversen Bundesländern, sind 2017 aus dem Parlament gefallen, haben die 2019 die Auferstehung gefährt. Nicht zu vergessen, dank Heinz-Christian Strache, weil das hätte es ihm jetzt nicht gegeben, wären die Grünen ihm nirgendwo. Und dann hat Werner die Partei gleich in der Regierungsverantwortung geführt und dann war sofort Krise. Angesichts dieser Situation bin ich der Meinung, dass die Grünen einen sehr guten Job machen und dass sie durchwegs auch in der Regierung ein Stabilisierungsfaktor sind. Und all jenen, die jetzt schon wieder von Neuwahlen träumen und ich hoffe tatsächlich nicht, dass es dazu kommt, weil es tut dem Land nicht gut, wenn man alle zwei Jahre wählt, möchte ich auch ins Stammbuch schreiben, das könnte ein veritables Problem werden. Denn stellen wir uns mal vor, wir haben tatsächlich Neuwahlen. Die Ergebnisse gehen so aus, wie sie da sind. Na, dann wird eine Mehrheitsfehlung verdammt schwer. Insbesondere, da kommen wir dann auch noch dazu mit den freiheitlichen Friedrich und Herbert Kickl. Und dann haben wir plötzlich israelische Verhältnisse. Und ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Und die Grünen, insbesondere das Führungspersonal, weiß das. Und dementsprechend finde ich die Aufrufe, insbesondere von der linken Seite an die Grünen, naja, wie lange können sie denn dann noch die ÖVP mittragen und stützen? Weil sie sagen, sie haben schon eine Staatsräson. Und wir vergessen das immer. Wir denken immer in der parteipolitischen Taktik und in diesem Politik-Politik-Thema. Wir hatten das schon in einigen Podcasts. Wir denken nie an das große Ganze, an den Staat. Wir haben eine Pandemie. Die Regierung hat das not so bad gemacht. Wir liegen bei den Impfungen ganz gut dabei. Die Wirtschaft ist ganz in Ordnung. Man hat durchwegs richtige Handlungen gesetzt. Es ist ja nicht so, dass dieses Land vor dem Ruin und Bankrott steht. Und dementsprechend finde ich die Haltung der Grünen bemerkenswert. Also sie machen eine, wie gesagt, sie machen, glaube ich, einen guten Job. Sie haben jetzt sogar einen Ministerwechsel ganz gut verkraftet. Jetzt abseits der Umfragen. Bei denen sie, was die Persönlichkeitswerte betrifft, sowieso gut positioniert sind. Sowohl Alma Saric als Jana Kugler als auch Mückstein, auch Leonore Gewessler, die langsam zulegt, haben alle auch wirklich ein durchwegs breites Backing in der Bevölkerung. Und auch spannend, auch von ÖVP-Wählerinnen-Seite. Auch dort attestiert man den grünen Ministerinnen eine gute Arbeit. Witzigerweise umgekehrt weniger. Also grüne Wähler sind deutlich kritischer mit der türkisen Ministerriege als umgekehrt. Wenig überraschend, aber... Wieso? Wieso wenig überraschend? Das ist jetzt spannend. Wieso? Weil die ÖVP-Wähler könnten ja auch kritisch sein gegenüber Herrn Alma Saric. Ja, das überrascht mich, aber dass die ÖVP-Wählerinnen so positiv gestimmt sind. Ja, vielleicht sind die weniger nachtragend. Ich habe auch keine Ahnung, warum es das ist. Zum Teil ist es natürlich schon sehr interessant und auffallend. Aber es ist einfach so, glaube ich, dass die Grünen, abschließend zu den Grünen, einfach, glaube ich, wirklich einen ganz guten Job hinlegen. Und die 13 Prozent, sehr stabil, da los, also die können zufrieden sein. Wir müssen noch über die Freiheitlichen sprechen. Unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, im letzten Podcast, oder war es schon vor zwei Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, haben Sie mal gemeint, Norbert Hofer ist schon gehandicapt durch Herbert Kickl. Jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Und Norbert Hofer ist dann doch recht schnell zurückgetreten. Wollte sich das nicht mehr antun. Oder wie auch immer. Jetzt kommen die, Sie haben ja Herbert Kickl jetzt schon abgefragt in der aktuellen Umfrage, auch in der Kanzlerfrage. Jetzt hat sich bei den Werten wenig getan. Die Freiheitlichen sind gefestigt bei 18 Prozent. Das ist schon auch erstaunlich. Also da tut sich, auch der, ich sage mal, radikalere Flügel wirkt sich da jetzt nicht im ersten Schnitt negativer aus auf die Umfragedaten. War das so, dass in der Außenwirkung Kickl vielleicht ohnehin schon länger als der Chef gesehen wurde? Das ist der heimliche Chef, der sowieso die Freiheitlichen leitet? Also ich glaube, das ist eine unfassbare mediale Sicht der Dinge, weil der politische Unterschied zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl ist ein äußerst geringer. Also alle die, die glauben, dass der Herbert Kickl der harte Recht ist und Norbert Hofer der, wie soll ich sagen, der graut Mitte-Rechtstehende, eigentlich ist er schon fast der Linker. Also das ist ja schimärisch, ich erinnere zurück an die Nationalratswahl, an die Bundespräsidentschaftswahl. Da hat man ganz andere, auch von medialer Seite, ganz andere Wortmeldungen zu Norbert Hofer gehabt. Also inhaltlich passt da zwischen die zwei nicht wahnsinnig viel. Ja, da sind sie schon so ähnlich. Sie haben nur ein unterschiedliches Auftritt. Und das zählt ja wahrscheinlich mehr als... Naja, das zählt, wie gesagt, aus Sicht der Medien zählt das mehr. Für jene Menschen, die heute die Freiheitlichen wählen, und ich meine, noch einmal, das sind 18 Prozent, manchmal 19, sogar 20 Prozent. Das ist ja nicht nichts. In Anbetracht der Situation, dass es seit 2019 Ibiza gab und sich die Freiheitlichen zum zweiten Mal quasi aus der Regierungsverantwortung gesprengt haben. Wo natürlich immer nur die ÖVP dran schuld war. Das ist die Erzählung innerhalb der blauen Familie. Selber kann man gar nichts dafür. Aber diese Menschen, die sich zu den Freiheitlichen derzeit bekennen und deklarieren, sind gestandene Rechte. Jetzt sage ich bitte ganz wichtig. Nein, das ist gestandene Rechte, das heißt nicht rechtsextrem. Sondern das sind Menschen, die haben bei vielen Dingen ein sehr konservatives Weltbild und die können mit dem klassischen politischen Establishment, und bitte die blauen können auch zum politischen Establishment, aber insbesondere mit Rot und Schwarz, die Kies, wenig anfangen können. So. Das ist eine sehr, sehr gefestigte Gruppe. Und deshalb macht es in den Umfangen auch keinen Unterschied aus. Weil diese Menschen keinen anderen Hafen mehr haben, weil Sebastian Kurz ihnen auch nicht mehr so gefällt, wie es noch vor längerer Zeit war. Das heißt, egal ob da vorne der Norbert Hofer ist oder der Herbert Kickl ist, das ist für die Freiheitlichen Wähler fast nicht vom Belang. Abgesehen davon, wie sie richtig gesagt haben, die Linie ist eh schon Kickl vorgegeben. Und Hofer hat einen unglaublich gescheiten Zug gemacht, weil er damit auch Schaden von der Partei abgewendet hat. Und sie werden sich wundern, wenn die nächste Bundespräsidentschaftswahl kommt und die Freiheitliche eine Chance sehen mit Norbert Hofer, wird Herbert Kickl sagen, der Norbert ist unser Mann. Und der Norbert wird sagen, danke Herbert, ich habe immer gewusst, ich kann auf deine Unterstützung zählen. So ist das politische Geschäft heute. Und alle jene, die heute glauben, naja, wenn es dann, insbesondere innerhalb der ÖVP, die, die glauben, es wird vielleicht nach Neuwahlen doch wieder mit den Freiheitlichen gehen, weil wir haben ja die Umfrage, da kommen wir dann nachher noch dazu, zu den Koalitionsfähigkeiten der Freiheitlichen Partei. Das wird schon irgendwie funktionieren. Die sollten sich Herbert Kickl ganz genau sehen. Weil so wie Kickl mit, so wie Kickl Hofer abmontiert, weil anders kann man es fast nicht sagen. Also es war schon sehr knallhart. So wird er auch mit den Schwarzen und den Türkisen angehen. Also die Flexibilität eines Jörg Haiders und eines Heinz-Christian Straches, die bringt der Herbert Kickl nicht mit. Und das meine ich nicht als quasi als Nachteil oder als Vorteil, sondern der hat, glaube ich, ganz, ganz gefestigte Überzeugungen. Und außerdem hat er, glaube ich, noch eine Rechnung hoffen. Und das wird, das wird die weitere Politik der Freiheitlichen anleiten. Jetzt haben Sie ja, wie Sie schon gesagt haben, auch für Profil noch abgefragt. Thema Regierungsverantwortung der Freiheitlichen. Sie haben sie ja auch 2019 wieder selbst rausgesprengt aus dieser Verantwortung. Dass das jetzt für freiheitliche Wählerinnen und Wähler natürlich möglich scheint, ist wenig überraschend. Aber wie sieht das für andere Wählerschichten aus? Naja, jetzt müssen wir den den geneigten Hörerinnen und Hörern einmal sagen, was haben wir da abgefragt? Also wir haben abgefragt, Herbert Kickl wird der nächste FPÖ-Parteichef. Also wir sind ins Feld gegangen, da war es noch nicht ganz fix. Welcher Meinung zu einer möglichen Regierungsbeteiligung der FPÖ in Zukunft schließen Sie sich an? Und es gab drei Möglichkeiten. Nämlich die FPÖ könnte mit Kickl an einer Regierungskoalition teilnehmen. Das ist jetzt sehr verkürzt formuliert. Die FPÖ wäre in einer Koalition vorstellbar, aber bitte ohne Kickl. Und dann die Freiheitlichen ist eigentlich generell an keiner Regierungskoalition teilnehmen. So, Überraschung, Überraschung, 77 Prozent der Freiheitlichen können sich vorstellen, eine Regierungskonstellation mit Herbert Kickl. Also da sieht man schon, also der Kickl ist für die freiheitliche Wählerschaft kein Problem. Für die Große der Bevölkerung, also 50 Prozent sagen gar keine und dann teilt es sich auf mit Kickl oder ohne Kickl. Für uns ist interessant, wie tickt die ÖVP-Wählerschaft. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil 52 Prozent der ÖVP-Wähler sagen, überhaupt keine Koalition. Aber 42 Prozent sagen uns, naja, das können wir uns schon wieder vorstellen. Wobei der Großteil da sagt, aber ohne Kickl. Und das wird dann natürlich, sollte dieser Fall eintreten. Aber die Freiheitlichen ja schon immer wieder flexibel dann auch. Naja, das ist aber das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, dass diese Flexibilität Herbert Kickl nicht mitbringen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Kickl könnte, ich sage das wirklich sehr, sehr hypothetisch, weil es eine gewagte Hypothese ist, Kickl könnte es darauf anlegen, das politische System zu destabilisieren. Und wie schaffe ich das? Indem es keine stabile Regierungsmehrheit gibt. Jetzt würde der Herbert Kickl sagen, Herr Haik, das ist natürlich ein Blödsinn, weil ich habe doch schon gesagt, wir würden auch eine SPÖ-Neos-Grün-Regierung unterstützen. Wir wollen nur den Kurz weghaben. Das ist aber ein sehr gewagtes Experiment. Herbert Kickl ist natürlich damit fein raus in der Argumentation, weil er sagt, wenn die Sozialdemokraten und die Pinken und die Grünen sich von uns nicht unterstützen lassen, dann können ja wir nichts dafür. Aber wenn es quasi zu einer, wie soll ich sagen, Konfrontationsstellung in einer möglichen Koalitionsverhandlung an der Person oder um die Person Kickl kommt, dann kann er natürlich das auf die Spitze treiben und sagen, ich bin auch in dieser Regierung oder ihr habt halt keine Regierung, liebe Türkise. Da liegt die Flexibilität nicht bei der Freilich-Partei, sondern da liegt die Flexibilität bei den Türkisen. Also noch einmal zu dem, was ich schon gesagt habe. Ich empfehle keine Neuwahlen, weil das für das Land im Gesamten nicht gut sein könnte. Auch davon bin ich wieder in der hypothetischen Form. Dementsprechend rate ich allen und insbesondere auch der ÖVP, ich würde in den nächsten Monaten auf eins setzen, auf Sachpolitik, auf Sachpolitik, auf Sachpolitik und auf Sachpolitik, um auch den Menschen zu signalisieren. Ja, möglicherweise gab es dann ein paar Jail-Protokolle, die sind auch nicht gut gelaufen, aber wir haben das wirklich Wichtige im Fokus und auf das kommt es an. Und dann kann diese Regierung durchaus noch länger durchhalten und ich glaube, es wäre durchaus sinnvoll, auch um den Menschen das Gefühl zu geben, wir haben eine stabile Regierung und wir haben nicht unnötig und da werden auf einmal die Legislaturperiode von vier, fünf Jahre verlängert, um dann diese Legislaturperiode nie zu erfüllen. Wie auszulassen. Herr Haig, vielen Dank, es war mir eine Freude, wie jedes Monat. Danke, mir auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Lob oder Kritik äußern möchten, schreiben Sie uns doch bitte an podcasts.profil.at und diesen Podcast hören Sie wieder in gewohnter Weise Mitte des kommenden Monats, im Juli und bis dahin mal einen schönen Sommerstart. Schöne Ferien.